So Leute, da sind wir wieder, ähm, Slada, immer noch, nachdem ich jetzt so oft verloren hab, hab ich tatsächlich doch einmal gewonnen, aber mit Shadow Shaman, und, war ich tatsächlich sogar gut, aber, naja. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt hier läuft, ich mein, Morphlings, ähm, achso, okay, er hat schon, ähm, oh, ups, nicht aufgefasst, obwohl, Moment, shit, okay, die Dinger sind teuer, ah fuck, okay. Ähm, Night Stalker, oh, das, das sieht echt interessant aus, äh, haben auf jeden Fall, wenn das jetzt so zusammenkommt, oh, gee, ja, ja, ich auch, äh, tatsächlich, oh, gee, wäre, naja, sollen sie sich nennen, wie sie wollen, 2766, da ist auch noch ein OG Anhänger, ich würd gern die anderen wissen, ich mein, hier sind 26, äh, 27 dabei, wir haben keinen so niedrigen, das heißt, die müssen in irgendeiner Form in einem Team sein. Spannend, Bristleback, jetzt bräuchten sie noch einen mit, oder sie nehmen eben Morphling mit und, äh, ja, Morphling wird mitgehen, äh, äh, nein, nein, nicht gegen Shadowfine, und wer auch immer das zurückgeändert hat, ja, sag mal nicht im Ernst, oder? Schade, noch nicht, noch nicht. Kommt noch. Und dann ist noch... Tadada... Tadada... So, wow. Wow. Es haben alle Leute hier einen Battle Pass. Das ist erstaunlich. Damit hätte ich bei weitem nicht gerechnet. Wirklich nicht. Okay. Das gegnerische Team setzt praktisch komplett. Wir holen jetzt den Zackblock auf. Waren wir klar. Warum setzt das gegnerische Team komplett Geld drauf und auch noch so hohe Beträge? Es kann doch nicht sein, dass die so gut sind. Oh, fuck. Morphling Level 110. Na toll. Komm mal ja. 106. Okay. Alles klar. Oh. Jetzt bin ich wohl ziemlich angeschissen. Ich nehme mich doch mal an. Ach komm. Ich muss schauen, wie kann er denn so oft daneben klicken? Ich bin schon mit Slada nicht so die Bombe. Und jetzt auch noch eben hier mit P.A. Und gucken wir mal, ob Morphling in der Mitte ist. Oder ob PA in die Mitte geht, wie ich das gesagt habe. Und ich glaub's nicht, dass tatsächlich PA in die Mitte. Und Morphling ist hier. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Und dann läuft auch da hinten rein. Dann läuft doch da hinten rein. Schön, der hat seine Mango schon gefuttert. Das ist interessant. Der Zocker steht noch ein bisschen besser da, als meine Wenigkeit. Lass mich doch ein bisschen denyen, ne? Hm. Ach, kann ich schon mal nass. Oh mein Junge, ich bräuchte die Schuhe. Das dauert noch einen ganzen Moment. Ach du Arschgeige. Das müsste auch langsam als Mana ausgehen. Ja. Da hat er schon keinen Mana mehr. Abflug. Ah, das war natürlich jetzt echt besonders klasse. Was? Okay. Das ergibt Sinn. Was haben wir überhaupt und zwar hier. Ja. Das wollte ich mir doch holen. Oh, war das? Mal schluss. Ja. Nein, nein. Und dann schlumst mich auch an Kampus. Wir hatten einen Kampus. Nein, nein, nein. Also, sonst ist die RS-7-6-6-6-6. Die Chance ist zwar nicht sonderlich hoch. Echt, die ist zufrieden. Irgendeine Range Stimme entboten, ey. Keeper vielleicht. Was haben sie da oben? Dresselweid und Darkseer. Ähm... Oh, hey. Warum krieg ich eigentlich gerade keine Erfahrung mehr? Schon wieder. Ich verlasse jetzt keine Erfahrung mehr. Oh, was ist das? Hm. Wahrscheinlich ja doch. So. Hier kann ich jetzt auch erstmal keine Erfahrung mehr weiterkriegen. Okay. Ich habe keinen Heal da. Konnte ich nichts machen. Ja, ich bin selbst froh, dass ich... ...ja, erst mal so reingekommen bin. Okay, sie sind wieder zurück. Ich bleibe out of range. Das Erste. Ich nutze da noch im Moment meine Schülchen aus. Was ist die da? Ich will den da nicht unterlegen werden. Gut. Hätte ich vielleicht... Oh, ja. Kleine Schlawiner. Ich will meine Mana Regen nicht einfach so aufgeben. Vielleicht habe ich ja die Chance. Ah. Wollen wir uns gemeinsam PA schnappen? Okay. Gut. Wunderbar. Wo war doch der Plan? Eine Fjöl... Achso. Ich bin ja... Ich wollte schon sagen... Ich bin ja immer noch auf... ...ähm... ...Clarity. Naja. Vielleicht habe ich jetzt tatsächlich mal Glück. Nein. Ah, verdammt. Glück ab. Darkseer fehlt. Aber das macht ja keinen Unterschied. Wir sehen dich. Oh, scheiße. Ganz jetzt? Wow. Mit seiner Schick-Betäubung. Acht Sprünge und die Hälfte ist auf mich gegangen. Dammit. Was? From Lightless Gulfs... ...I return. Hm. Okay. Look to the foal. Scheiße, was ist aus? A killing spree! Na, er kommt schon. Wow. Das hat er... Das hat er gut gelöst. 2-2-2. Alter, geh doch vorhin, Brunnen. Das war alles gut. Oh. Das hat er jetzt viel gebracht, oder was? Ja, war ein bisschen zauber zu spät dran, schönerweise. Ich bin mit dir. Ah. Hm. Hm. Na. Und Last Hits ist auch okay. Aber ich hätte eigentlich gerne den Deny gehabt. Ich weiß, ich bin nicht viel. Na, verdammt. Soll er tatsächlich mittlerweile eher auf die Last Hits gehen? 22 bis 12 Minuten. Geht besser als... So, jetzt müssten sie langsam sicher hier ankommen. Dann kriege ich vielleicht nicht den Last Hits auf den Brunnen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal Probleme. Äh, der Tower. Ja. Glaubst du etwa? Ich hab dich nicht gesehen. Oh, Morphling ist auch da. Da bin ich ja im Endsprung. Ich hab dich den Moment abgehauen. Ja. Wunderbar. Leider nicht. Ah. Leider nicht. Ah. Jetzt hab ich natürlich nicht mehr genug. Boah. Nein. Nein. Das Verdammter. Ah. Was ist das jetzt euer Ernst? Keine verschissene Reaktion. Ah, ist das jetzt wirklich euer Ernst gewesen? Ah, die Verdammte Axt, das ist doch echt... Für den einen Push jetzt, ernsthaft. Ah, die Verdammte Axt. Oh, 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 oh. Oh, ich weiß nicht, ob wir die Tower verlieren oder nicht. Das kann doch nicht euer Plan sein. Oh, und jetzt wird in Panik gepinkt, weil er eine Rune klaut. Das ist euer Ernst. Oh, ich will die. Oh, ich will die. Das war ja ein Volltreffer, Junge. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Oh, mein Gott, verdammt, was ist das? Wir können doch nicht. Was soll man denn da bitte spielen? Hm, ein Nice-Sucker, der einzige ist, den wir haben... What the heck, was war das denn bitte für eine Shit-Reaktion? Ah, mein Spanning Ground! Dramatisch! 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 Deckung! Das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit. Wir haben schon, hier sind jetzt einer weniger. Okay, er ist bereit. Dann setze es ein und puste sie weg. Scheiße, ist das jetzt aber ernst oder was? Johoho, ist gut. Alle hinter mir her. Und das nur, weil ich ein Shitwad aufstellen wollte. Wie kommt es, dass die überhaupt nicht verteidigen? Ich meine, jetzt kommt da mal einer hin, aber... Nein! Ah. Das nervt gerade. Oh, Darkseer hat... Oh, jemand hat ihn genommen und seine Wall aufgemacht. Jetzt haben wir ihn alle damit. Ah ja. Okay. So... Jetzt machen wir's bitte so... ...was ich hier warte. ...warte. ...warte. ...was ich irgendwo in Seher... ...warte. ...warte. Das erste Mal... ...ah, dang it. ...was ist. ...was ist der denn? Ach so... ...er ist Night Stalker in der Nacht. ... ...was ist der denn? Er gibt Sinn, dass der schnell ist. Er gibt Sinn, dass der schnell ist. ... 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 Der hat mich... Muss ich das sein? Muss ich das jetzt wirklich sein? Muss ich mich da zurückholen? Ja, das ist mir zu doof. Musche ich lieber Bot rein? Aber hier drum kümmern die sich überhaupt nicht. Oh, Mann. Eigentlich wollte ich hier hin. Nein! Scheiße, ist das jetzt euer Ernst? Wieso? Wieso euer Get-Man-Blink nicht? Wieso ist das dann nicht, wenn ich mich weg-teleportieren will? Oder wegschießen will? Vorstelle wirklich... Wirklich jetzt. Oh, Junge. Also manche Sachen sind wirklich sehr merkwürdig. Vor allem ist es nie so geschlossen zu mir gekommen. Aber wegen dem einen Push, da stehen die doch hier viel schlechter da, wenn alle da sind. von uns. Aus meinem Team. Ah ja. Der ist nämlich gleich vorbei. Okay. Ah, Scheiße. Okay. so enemy force attempting to obliterate so ah gut soll er mich angreifen ist mir wurscht ich streng das noch weg so sobald der tower weg ist es müssen eigentlich die neuen kommen hat der nicht viel gebracht hat die 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 Oh! Not yet, we're welcome. No delay. Look down! Look down! Ah! Patrolling your rushing. So... Okay. Okay. Der war absolut fail, Junge. Oh! Oh! Okay. Ich schloss das. Ah! Oh! I can't wait. I can't wait. The only two will be gone. Double kill! I can't wait. Oh, I can't wait. I can't wait. I can't wait. Das klappt doch ganz gut. Das klappt doch ganz gut. Okay. Oh, unsichtbar. Hä? Hä? Blutrausch, das ist schön. Das ist echt gut. Fünf, vier, acht. So, alles klasse soweit. Hallo? Ist das jetzt euer Ernst? Wer hat ihn dir denn zurückgeschickt? Na lange, verstehe ich ja. I'm all to you. I rush to defend. Trecher for the deeps. Okay. So, jetzt können wir doch anfangen. Let's go. Double kill. Uh. Yeah. Killing spree. Triple kill. Uh. Mist. Yes. Mist. Is das? Mal. Ist das nicht? Ist das mal? Mal. Ist das? Ist das? Ist das? Ist das? Ist das? Ah, ah. Puh, das war jetzt langsamer, das war knapp, da wäre ich beinahe nochmal draufgegangen. So, ich habe endlich die Mission mit Slada geschafft, alter Schwede, war ja auch mal eine Geburt hier. Wo ist der tatsächlich so gut geworden ist nachher noch? Na ja, wo ist der natürlich einiges rausgehauen. Was ist denn, 500? Oh, stimmt. Stimmt, die hatten ja gesetzt, das ganze Team hat ja gesetzt bei denen. Ah, ich habe heute Glück, gut, heute wird durchgezockt, auf geht's.